Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Nia Dea, ich grüße dich. Deine Frage ist, wann meldet sich dein Wunschpartner? Oder wann hast du eine neue Begegnung? Du bist auch offen dafür. Und das klären wir bei dieser Legung. Deine jetzige momentane Situation zeigt diese Karte in die Mitte. Du handelst das, was diese Hand symbolisiert. Du wirst auch aktiv sein. Weil hier in diesem Bild erscheint die Feuerelement. Und Feuerelement symbolisiert Bewegung, Schnelligkeit und auch Begeisterung. Das heißt, du wirst im Gegenwart von etwas begeistert sein und auch aktiv. Das kann Sport, Bewegung oder etwas unternehmen auch bedeuten. Dein Wunschpartner, sein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Das heißt, er setzt etwas in Bewegung. Er kommt wieder, da kannst du sicher sein. Das Einzige, was ihn noch hindert, was noch bremst, diese Wagen, das ist seine Angst. Ein neuer Mann. Wann kennst du diesen neuen Mann? Das ist ein Fest in den kommenden drei Wochen oder kommenden drei Monaten. Und da bekommst du eine Einladung oder du hast Lust, ein bisschen rauszugehen und du sollst auch etwas unternehmen. Und genau in diesem festlichen Anlass wirst du diesen neuen Mann kennenlernen. Zurück zu deinem Wunschpartner. Welche Schritte wird er tun? Diese drei Karten zeigt seine Schritte in die nächste Zeit. Erstmal ist für ihn wichtig, um die Finanzen und indirekt auf die berufliche Situation kümmern. Dieser goldenen Taler symbolisiert auch seine eigenen Werte. Und das muss er auch erst mal verinnerlichen, zu seinen Werte stehen. Nicht nur das, sondern er soll Wertschätzung entgegenbringen. Respekt dir gegenüber. Die zweite Karte zeigt, er fühlt sich gefangen in einer bestimmten Situation oder bei seinen Kontakten. Seine Augen sind wie geschlossen, er will das gar nicht sehen, aber er fühlt das auch. Er wird sich aber von dieser Lage sich befreien und hier hat auch den Sieg, die Feuerelemente und das bedeutet, er wird aktiv sein, er sucht den Kontakt, zeigt auch Begeisterung und Leidenschaft. Der neue Mann. Seine Schritte. Er setzt alles in Bewegung, mit dir zusammen zu sein. Bedeutet auch viel Kontakt. Die zweite Bild zeigt ein heiliges Buch. Und das ist ein Symbol, bedeutet das Buch des Lebens. Und an diesem geheimnisvollen Buch ist die Schicksalswägen geschrieben. Es ist kein Zufall, diese Begegnung, wenn überhaupt Zufälle gibt. Ich würde sagen, das ist vorbestimmt. Das kann sogar der Schicksalspartner sein. Und die Sternenhimmel bestätigt mir das auch, weil das heißt Glück und bedeutet auch, es ist im Sternen geschrieben. Entweder lernst du etwas und bekommst du neue Erkenntnisse oder wirst du für diesen Mann entscheiden, obwohl der andere kommt auch. Liebe Neadea, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Denderaus Eure Denderaus